Robert Luger aus Bonnberg, Verteidigungsspieler der alten Schule, kann kaum durch Angriffsaktionen stören. Hinten sehr sicher, aber für die A-Klasse nur Verteidigung. Ohne Gegenziehe und ein richtig harten Schuss, das ist schwierig. Ein bisschen kann er schon was antrafen, ganz klar, wie hier zu sehen. Richtig hoch darf man sich nicht umheben. Sehr schön fürs Auge, wenn man das mag. Oldschool Defense. Zumal der Gegner genau das macht, was natürlich nicht besonders geschickt ist. Nämlich wenig variiert. In 5, 6, 7, 5, wenn es immer wieder auf die gleiche Stelle spielt, und zwar auf seiner Lieblingsstelle. Und so kann man natürlich nicht gewinnen. Da freut sich der Verteidigungsspieler. Keine Stops angestreut, viel zu wenig auf die Vorhand gespielt. Nicht variiert. 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 Vielen Dank.